ich grüße euch guten morgen so ostern ist vorbei ich hoffe ihr hattet alle reichlich geschenke und schöne familien treffen ja ich habe heute eine frühschicht ich bin noch etwas müde mein kaffeebecher ist auch wieder da ja es ist jetzt aktuell vier zwölf ich bin auch etwas erkältet und angeschlagen ja mein ostern war mega geil ich bin mit meiner besseren hälfte am sonntag ganz spontan nach hamburg gefahren war ein geiler tag waren abends dann um halb elf zurück waren fix und alle aber ich sage euch hamburg ist immer eine reise wert mega geil gestern war natürlich ein bisschen schilden angesagt ich muss feststellen ich werde auch älter aber egal so vier uhr zwölf immer noch und meine schicht geht heute bis 12 uhr 30 ja mal gucken kaffee habe ich genug dabei linie 23 entschuldigung linie 27 wird ja heute abgefahren von mir und ja mal gucken was der tag so bringt braun bin ich ja schon geworden das erste mal in meinem leben dass ich sogar auf dem kopf ein leichter somnenbrand habe ja immer wieder was neues ne so ich wünsche euch einen schönen geilen dienstag ja wir sehen uns ach übrigens was ganz wichtig ist oder wo ich mega mega stolz darauf bin ich habe die 3000 er grenze erreicht das heißt 3000 über 3000 leute haben mittlerweile meine seite geliked in dem sinne alle herzlich willkommen danke ich freue mich ich wünsche euch was ne tschüss ich brauche noch einen kaffee tschüss ich boche hier noch ein kaffee tschüss ich glaube ich freue mich ich freue mich